Können die was außerbocken? Naja Also, keine Ahnung, ich kenn die alle nicht Marvin läuft, zweite Flacke Ja Ach nee, ihr läuft direkt noch, das ist wunderbar Spielst du ohne Egel? Oder ohne SP? Ich? Ich hab Hoff und denke, es wird gewonnen Wie sind die RIP Leute? Nein, deswegen ist es für langweilig. Ich denke, sie haben drei alleys und ein boten Mist. Was, zwei alleys? Ich denke, sie haben drei oder vier alleys. Nice Es gibt viele alleys, was ich weiß nicht. Wenn wir zuerst zu viel, müssen wir zuerst splittern. Ja, wir haben drei alleys. Was, zwei alleys. Ja, Laufhert, Verschlager, check. Ja, Laufhert, Verschlager, check. Ein Mindshock oder was? Boah Holy shit 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1, blind Stands of him Ich fack mal den Mindshank I think I got it though. Ich fand noch eins die 3, 2, 1 Boah, die da nicht gepottet hat man. Oh, watch one. Ich hab vier gepottet. Mist. Warum macht die sowas? Das ist voll tryhard. Holy shit. Das ist glaube ich 6 damage, oder? Haben wir überhaupt nichts? Ich bin dabei, aber meins wurde geruptet. Ich reste unsere 4. Nein, den Rest ja. Lauf die Flagge gerade rein. Ja, geruptet, restore. Holy shit. Watch weg. 1-1-1. Ja, ich hab das schon, Spivitman oft, ja. Wir haben keinen Rest. 3-2-1. Auf mir. 3-2-1. Tötet die Monks, die haben nur 2. 1-1. 3-2-1. Ich kann das nicht so lange halten. 3-2-1. Ancient move. 1-1. 3-2-1. Ja, die haben auch. Die werden sterben. Ja, die werden sterben. 3-2-1. Schocken. Äh, gut packtet. 3-2-1. Ja. Der Base. 3-2-1. Der Base? Ich weiß nicht. Der Base. Der Base ist schocken, ich weiß nicht. Der Base ist schocken. Die müssen auf jeden Fall auf dir mit der Flagge, weil wir haben wir noch keine. Die haben auch noch einen Monks als alleine. Das ist schocken. Das ist schocken. Das ist schocken. 2, 2, 1 2, 3 Label den seine Skills Yes Da kommt ein Pack 3, 2, 1 Wir sollten einfach durchpushen Wir können einfach finishen 2, 3 Wow Pfff Der Anfang war schon lächerlich Ich weiß nicht wieso, die hatten tatsächlich nicht 6 Damage Die hatten, dass die 8 war auch normal Also Irgendwie sind die da Flacke losgelaufen Ziemlich dumm Äh, ja Nein Ich hoffe mal, dass ich nicht sterbe Oh, ein bisschen stucked Hier ist duckt nochmal schön Wann kürzt du denn nicht? WTF? Ich habe Angst bekommen, dass ich sterbe Bin ich nach hinten gelaufen Ich hoffe wir schaffen einen Ja Weil wir müssten eigentlich noch die Knights töten Dann gehts schneller, oder? Gegen Entourage Wird das noch einmal getriggert? Ja, das schaffen wir locker Ja Allein der Weg ist eigentlich schon 7 Sekunden oder so Oder 5 oder so Wird gar nicht reichen, glaube ich Ja 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 Ja